Das ist der Torwarns, Matthäus. Auf der großen Anzeige, wieder Magatz. Ein bisschen dicht aus dem Tor. Zum Beispiel hier, Herr Dabfall. Rousseau da, unklärt. Rousseau da, unklärt. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, Falkenmeier. Der Besten in der deutschen Mannschaft. Matthäus. Gute Möglichkeit, Schreier. Es gibt diese gute Mittelstürmer. Magatz. Matthäus. Matteo. Hier, Schuhe. Roterium gibt für geschickte Fouls. Minuten noch. Bruns. Versetzt hier den Gegner. Adi. Du hast die Fouls. folgut. Entferium. Das hat die Fouls. Schreier. Schreier. Machenz.